hey ihr höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen runde habe ich da schon mal hochgeladen ich weiß gerade gar nicht auf jeden fall zu einer runde rajim mode und mein bruder ist heute so ein bisschen mit dabei ja und dann habe ich ihn von hinten gedemütigt ja geil ja ja bei mir leckt auch ein bisschen grad ich möchte dass man die pfeile brennen da hinten ja leute heute beziehungsweise gestern kam ja keine folge wahrscheinlich bei euch ich weiß jetzt nicht wann ich das video hochladen werde aber wahrscheinlich noch heute das bedeutet heute kam ja keine keine folge last nee gestern kam glaube ich warte mal morgen kommt keine folge last im sending da ich ja gestorben bin das bedeutet morgen kommt dann ein neues angespiel plus liebe freunde ein neues movie review also bin ich ich kann kein deutsch mehr ein neues movie review weil ich war wieder im kino und ja da könnt ihr euch drauf freuen so den haben wir gedemütigt hier ja klar du hast es aber auch nur auf mich abgesehen so den haben war ich habe ihn noch getötet aber ich habe mich dann selber in die luft michi 184 hat eine 5er killstreak omg habe ich ja nie behauptet habe ich habe ich werde immer gespawnt gilt der bogen es egal ist sobald der bogen trifft stirbt die person egal ob er voll aufgeladen ist oder nicht so was wir hier machen das ist richtig feige ich habe derzeit ja ich bin zweiter du bist erster du bist erster ja ja du bist halt leider so schlecht das war ja das war ein richtig nice move von richtig weit entfernt ja am anfang demütigen das macht doch sowieso keinen sinn oder was bringt sich am anfang zu demütigen habe ich ja noch keine punkte als ich werde die ganze zeit gekillt von irgendwelchen leuten die mich nicht mal kennen das kann es nicht sein du kannst mich nicht du darfst mich nicht töten okay ohne ohne so der sebesschen töten wir hier gleich mal michi 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 einfach dir weg ich muss dich jetzt messern junk fehler komm her da drüben sind gerade zu viele ich habe angst okay den haben war habe ich gesehen bumms doggie hax aus okay leute ich finde es so lustig wenn leute immer schreiben so ja ja eh dass dann leute sagen ich hacke bla 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 leute und das wenn ich wenn ich hacken würde dann wäre ich erster ja michi da braucht man sich nicht einfach nicht reinsteigern und fertig die leute die das sagen sind einfach dumm im kopf ganz ehrlich manchmal muss man einfach schon sagen es kommt ein manchmal schon mysteriös vor wie man gekillt wird und so weiter wahrscheinlich will er mich nicht mit dem messer vorhin getroffen hat oder was auch immer aber trotzdem man sollte nie sagen bla 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 hacken und so weiter wenn man keine beweise hat oder wenn man sich nicht 100 prozent sicher ist ich sage auch da manchmal so hatte der vielleicht hacks an die stars aber es ist dann meistens nicht so der fall will ich es ich muss es euch einfach sagen ich hasse leute die hacken ich habe zwar noch nie installiert ich weiß auch gar nicht wo man die her bekommt oder wie man so eine scheiße überhaupt installiert weil ich habe das einfach noch nie gemacht ja jetzt hattest du wieder bei mir so einen grünen skin so einen grünen komischen skin jetzt bist du da ein bisschen gespawnt bei dir bei mir wächst sich das gehen irgendwie ich glaube das war der michi 184 und ich denke dann immer stimmt ja stimmt also ich bin so dumm und ich doch ja komm her ja ja so zack wir sind derzeit erster geil aber mit einem nicht so extremen vorsprung so perfekt du wurdest von michi gedemütigt was ne 184 da hinten da kommen alle michis auf mich zu haut ab heißt du auch michi dann schreib es doch in die kommentare hat er demütigt mich ständig weil er weiß dass ich dass er sonst gegen mich verliert er möchte natürlich jeder möchte hier erster werden das ist schon klar madel madel hat eine fünfer killstreak ich liege leider nicht so extremst weit vorne ok doch wir sind noch erster gg würde ich sagen und ich weiß nicht wie lange wir aufgenommen haben sonst also ich würde einfach mal sagen leute ich gucke einfach mal nach wie lange die runde jetzt war ja das erste mal mit meinem bruder auf meinem kanal kanal anna ne leute ich gucke jetzt einfach mal ganz schnell nach hier wie viel die stars wie lange ich jetzt aufgenommen habe und wenn es ich gucke einfach mal schnell nach bis gleich so also ich habe jetzt nachgeguckt und es waren circa acht minuten bitte nicht sagen danke und ja acht minuten ich wollte dann zwar noch eine aufnahme machen aber die war dann nicht so gut ich dachte mir so ja acht minuten ich will das video eh noch heute hochgeladen haben und dann lasse ich das einfach so freut euch auf morgen da kommt dann ein movie review plus ein neues angespielt also pack voll ich möchte endlich mal wieder endergames spielen ja dann würde ich sagen über morgen wieder endergames mit last team standing und ja dann haben wir ja schon mal einen straffen terminplan würde ich einfach mal sagen ja leute außerdem könnt ihr mir in den kommentar schreiben ob die facecam qualität jetzt besser ist weil ich habe einen imac und mit dem magnet also da ist vorne mein bildschirm der ist mit dem magneten da so fest und die ich kann das ich kann vorne den display raus tun und dann ist dahinter kann man das dann schön putzen und da oben bei der facecam war ein bisschen dreck und ich denke das ist jetzt besser mir kommt das zumindest so vor und ja leute ich würde sagen ich glaube schon wieder so lange macht's gut so ja 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 ja